Hier ein konkretes Beispiel zu Tangente und Tangentialebene im dreidimensionalen Raum. Angegeben wird diese Funktion f der zwei Variablen x und y und der Graph dieser Funktion sieht so aus. Betrachten wir uns diesen Graph. Angegeben werden ebenfalls Absisse und Ordinate von einem Graphpunkt, hier 0,0. Und das Lot von diesem Graphpunkt erhalten wir, indem wir da x durch diese 0 ersetzen und y durch diese 0 ersetzen. Also der Punkt p mit Koordinate 0,0,0. Dieser Punkt gehört zum Graph der Funktion. Wir werden die Tangentialebene zum Graph von f an diesem Punkt bestimmen. Die allgemeine kathesische Gleichung dieser Tangentialebene schreibt sich so. In dieser Gleichung werden wir also x0 ersetzen durch 0, y0 ersetzen durch diese 0 und z0 ersetzen durch diese 0. Hier brauchen wir die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen x. Also leiten wir die Funktion f nach x ab, das heißt indem wir y als Konstante ansehen. Die Ableitung hiervon nach x ergibt also 2x minus 0, das heißt 2x. Hier brauchen wir die partielle Ableitung von f nach y, also leiten wir f von x, y ab, nach y, indem wir x konstant halten. Diese Ableitung ergibt dann 0 minus 2y, also minus 2y. In dieser partielle Ableitung nach y ersetzen wir y durch diese 0, dann ergibt das aber auch 0. Und somit wird diese Gleichung in unserem besonderen Beispiel zu dieser da. Und diese Gleichung kann man auch viel einfacher schreiben. Es ist die kathesische Gleichung z gleich 0. Das ist also die Ebene, gebildet durch die x- und durch die y-Achse. Diese Ebene ist also die Tangentialebene zum Graph von f an diesem Punkt p. Beobachten wir das. Jetzt konstruieren wir diese vertikale Ebene mit kathesischer Gleichung y gleich 0. Und bestimmen diese Tangente als Schnitt von dieser blauen Ebene und dieser Magenta-Ebene. Diese Tangente ist also die Schnittmenge von der blauen Ebene und von der Magenta-Ebene. Also wird sie im dreidimensionalen Raum beschrieben durch die kathesische Gleichung der Magenta-Ebene, das heißt z gleich 0, und durch die kathesische Gleichung dieser blauen Ebene, das heißt y gleich 0. Schauen wir noch mal gut nach. Diese rote Tangente ist effektiv der Schnitt dieser blauen Ebene und dieser Magenta-Ebene. Jetzt machen wir genau dasselbe mit dieser vertikalen Ebene, die als kathesische Gleichung x gleich 0 hat. Der Schnitt von dieser blauen Ebene und dieser Magenta-Ebene, das ist diese Tangente. Also wird diese Tangente beschrieben anhand der kathesischen Gleichung der blauen Ebene und der kathesischen Gleichung der Magenta-Ebene, das heißt so. Also beobachten wir hier, dass diese Tangente effektiv der Schnitt dieser blauen und dieser Magenta-Ebene ist. Und jetzt betrachten wir noch mal diese zwei Tangenten und diese Magenta-Tangential-Ebene. Und die Übung ist beendet.